Zurück zu einer neuen Runde Adventure Maps, ja mit dem Devitoa, der nix sagt und nur hüpft, der Vollidiot, der Kars Crafter und dem Tim Kars. Hallo. Auf zu lachen. Ja lass los. Wo geht's los? Map für PIDA. Ach ja genau, Map für PIDA und Co. Anweisungen folgen, Regeln, Game on 0, blablabla. Okay, ja die Map ist vom Karat HD, danke nochmal dafür. Oh was haben wir hier? Genau, alles weitere in der Videobeschreibung. Oh hier ist aber nur für drei Leute geplant, ne? Oh scheiße. Verpiss dich. Also ich hab auf jeden Fall, ich zieh erstmal die Springerstiefel an. PIDA. Oh nein. Aber das geht nicht. Sollen wir noch ein Bett holen? Ja. Ja, vielleicht. Game Mode 1. Warte mal, ihr habt, ich glaub die Springerstiefel wären fast. Ja, doch, ja. Können die Springerstiefel irgendwas haben? Haben die Feather Falling 2 oder so? Na doch, Feather Falling 2 haben die. Ja, das wär schon wichtig. Sonst bin ich nämlich halt tot. Warte. Tot. Lass erstmal pennen hier. Ich weiß nur nicht, wie man die macht. Guck mal, man. Kannst du die machen, Heiko? Kannst du nicht dein vorhandenes Item im Ding kopieren? Oh, weiß ich nicht. Aber der Heiko kann da, der ist da drauf. Das predestinierter. So, legt euch jetzt mal hin oder was hier? Ja, warte, wir brauchen noch Schuhe, Mann. Ja, wir können auch erstmal pennen. Nein. Warum denn nicht? Spawnpoint setzen, weil es geht direkt hier runter. Warte, Heiko mach grad Feather Falling. Ja, reicht doch, wenn du dich nur mal reinlegst. Ja, reicht das? Ja, ja. Ja gut, dann fang ich schon mal an. Ne, ne, warte, wir müssen ja noch Hell haben. Was müssen wir haben? Hell wär nicht schlecht, oder? Ne, wir müssen doch schlafen. Nein! Mach! Also ich meine, die Feather Falling Deer, die sind ja nett, aber man hat die nicht mehr, wenn man dann stirbt. Also von daher sind die eh gleich weg. Leg dich hin, Heiko. H-A-I-C-O. Der ist aus dem Stream. Oh, nee, nee. Ach, wollte schon sagen. Ach, hier müssen wir hin. Ah. Oh. Ach, deswegen gewinnt er auch einen Goldapfel, ne? Ach, und Regeneration. Oh, esse ich erst mal snack ich mir. Ah, steht nicht mehr drin. Ja, ist doch Panne. Wenn man die Springerstiefel nicht jedes Mal wiederkriegt. Das stimmt. Darfst halt nicht sterben. Ja, lol. Oh, nein! Matsch! Finde ich auch mal interessant, dass man mal runter muss und nicht immer rauf. Ja, lol, das ist nicht so cool, ne? Ohne die Goldäpfel denn? Boah. Hä? Äh. Boah, ja. Boah. Hast du Arschbaume gemacht, der Artpeter? Der war sehr tief. Haha! So, ich bleib jetzt erst mal hier stehen und regge. Maaals, haut der mich, der Ficker! Mama! Der Heiko haut mich schon wieder! Ich war fast da, Leute. Ich war fast da. Ich hab den Swimmingpool schon gesehen. Ey! Der hat mich auch da runtergeschlagen. Das war... Ah, gut, dafür... Das war jetzt Instant Karma, ey, für den Cast. Ja, mega. Ach, guck mal, dadurch, dass es peaceful ist, regenerieren wir schnell. Ist das der Swimmingpool da unten? Ja. Der Swimmingpool. Ja, genau. So, ich muss erst mal warten hier, sonst bin ich jetzt gleich tot. Haut ab! Weh mich haut wieder einer! Das Spiel heißt, Töte die Hure. Anleitung, Töte die Hure. Nein, hier steht, Finde und Töte die Hure. Nicht Cast-Craft-Anhalt. Nein, ich fall runter! Dann warte, Heiko, bis wir da sind. Dein Arsch wird mir. In Gottes Gehör. Von der Hure? Dein Hurenarsch wird nur. Dein Hurenarsch. Boah. Okay. Wie ich das Hebenspringer. Boah. Ich hab den Pool beim ersten noch gar nicht gesehen. Nee? Ich hab den schon von hier oben gesehen, also... Nein, da spring ich wieder zu weit! Alter! So. Ausrüstung. Ah, das ist ja cool. Binde und Töte die Hure. Nein, ich falle! Ich vielleicht Töte die Hure. Wollt ihr aufgeben? Also diesen Try würde ich gerne noch machen. Von mir aus können wir danach weitermachen, aber... Also ihr wollt aufgeben, hab ich richtig verstanden. Nee, Mann! Ja okay, ich geb jetzt auf diese Runde. Weil ich will jetzt sehen, was da unten... Weil ich will jetzt sehen, was mit der Hure los ist. Ich hab den Schatz. Echt? Echt? Warte. Warte. Epi. Ich bin schon da. Ich auch! Ich bin schon hier, ich bin schon hier. Ja. Warte hin wegen. Das ist doch so. Ja. Ja. So, da sind wir. Tschüss. Ausrüstung! Go! Wo ist die Hure? Wir müssen die Hure finden. Ist die Fledermaus vielleicht die Hure? Wie kommen wir denn auf so ein Spiel? Wer ist denn die Hure? Ich nicht. Achso. Töte nicht alles wahllos, ne? Vielleicht gibt's ja noch irgendwas. Nee, man muss die alle töten. Komm her, du scheiß Fledermaus. Da ist sie! Nein! Wo? Nein! Heiko hat die Hure getötet. Da stand aber nicht... Da stand aber extra dran, nicht Heiko. Ja? Das hieß, du sollst sie nicht töten. Deshalb bestraft ihr uns jetzt wieder mit so einer verfickten Jump-Abschnitt hier. Ja! Hä? Guck mal, wo ich bin. Wo bist du denn? Aushalb des Raumes. Ja, schade. Ist halt für dich eine Nummer schwerer, Peter. Achso. Soll ich gerade reinboxen. Oh nein! Das ist doch easy. Locker easy. Boah, du Aschloch. Scheiße. Och, Mann. Ich wollte mir Platz machen auf dem Feld. Hä? Wo bin ich denn? Ah! Ich bin schon wieder draußen. Karma, Peter. Ja, eben. So, warte. Siehst du, du wirst auch draußen. Ich mach das mal so jetzt. Ja, kannst doch hier reingehen, du Penner. Ja, weil ich das auch gemacht hab. Was soll denn so was, ihr Schwänze? Ich glaub nicht, der Peter ist heute richtig aggressiv. Ey, mich merk das auch. Achso. Beeil mich einfach, was soll's. Oh nein! Weißt du, das hat sich da... Ja, ja. Das war zu schnell, Peter. Also, das... Nee, das muss ja so gehen. Nee, das ist Quatsch. Gibt's ja auch einen Server, wo wir das finden können. Da gibt's immer eins gegen eins Jump'n'Run-Abschnitte. Lass mal machen. Haben wir doch mal gemacht. Haben wir doch nachher aufgehört, oder? Haben wir? Oh! Das war nicht ich übrigens. Oh, doch war ich schon. Der Ted relativ weit, ne? Wir müssen den mal da runter boxen. Ted, wie geht's dir denn denn? Nein! Ihr hattet Schwänze, ey! Ihr könnt doch nicht meinen Namen sagen, wenn ich da was voll krasses mache! Du hast mich rüber geboxt und ich hatte Angst, ich bin runtergelaufen. Nein! Oha, passt mal auf. Nein! Ich hab voll den Run gehabt! Gleich gesehen. Ach! Ach, ich war so weit. Hey, warum sind immer diese Fick-Vierer-Sprünge bei? Ah, Mann! Er packt den Bogen dabei. Guck mal, er ist immer auf den. Wie letztes Mal, wie letztes Mal so verletzt sind mit dem Bogen einfach, ey. Mann! Der hat mich schon wieder hier runtergehauen! Warte, ich renne einfach. Heiko! Du Arsch! Ah, du Arsch! Mann! Du Penner, wo warst du? Mann! Ja, der schießt mich immer runter. Ich hab 17 Tode, Alter. Hör mal auf jetzt! Ja, die hast du ja selber gemacht. Ja, genau. Nein! Was? Nein, ich hab ihm sogar noch in die Fresse gehauen. Scheiße! Ich weiß schon mal, wie lang das ist. Das schaffen wir doch nicht. Doch, das schaffen wir. Ich komm eigentlich weiter da. Das schaffen wir. Und Tim läuft einfach so in den Abgrund. Nein! Ich hab auch gerade lang. Ich hab' ich nie weiter. Ich warte jetzt erstmal, bis mich einer einholt von den Toten her hier. Oh, Mann! Ja, du standest im Weg. Peter! Ich hab' dich weggeschoben beim Vorbeilaufen. Ja, ja, ja. Pass mal auf, meine Paie erbaut. Was machst du denn hier? Ich wollte dich nicht lang. Ey, ich bin so durchgelaunig an der Zeit. Hau ab da, Heiko. Geh! Geh! Ich hab nur Angst. Geh, ich trau' dir nicht. Warum hast du gehauen, Heiko? Ich hatte Angst. Ich weiß nicht. Ich hatte Angst. Nein, du warst auf einmal neben mir. Dann hab' ich so aus Reflex geschlagen. Ma, was soll das denn? Hör auf! Weißt du, ich komm' da voll weit und der haut mich wieder runter und fliegt da noch rum bei. Wenn der geflogen wird, der nicht. Ja, also das, der hört aber auf hier, Kollege. Ey, also. Da ist der. Mama! Der Heiko macht das schon wieder. Der Herr hat mich. Ted, du bist jetzt 23. Nein, ich fall' immer da runter jetzt. Weißt du, komm' ich mal voll weit und mach' der, haut mich da weg, ey. Find' ich echt krass von euch. Ted, er hat auch gern'n Laufpeter, oder? Ne, eigentlich ist das immer so. Oh nein. Achte. Ja, ich bin nicht. Sorry, Ted. Alter, ohne Witz, meine Paella fallen für sechs Personen, die landet gleich ganz zubelig in deinem Gesicht. Für sechs Personen. Ja, du stehst aber so lange. Ja, verpiss dich! Mann! Nein! Ach, Mann, ey. Alter. Sollen wir den Glowstone, äh, speichern? Nein. Wir können da betten. Nein! Hättest du wohl gerne, ne? Das sind bestimmt Speicherknöpfe. Nein, auf keinen Fall. Genau, vor allem da so ein Sprung zwischen zwei Speicherknöpfen, dann, ne? Ja, lohnt nicht. Wir schaffen das, Heiko. Wir haben da erst zehn Minuten rum hier, komm. Eben, wir schaffen das, wir machen das jetzt. Wir müssen nur mal alle ein bisschen... Guck mal, wir müssen nur so ein bisschen lüften hier. Ne, war ich ja noch nie, krass. Ja, hast du es bis dahinten geschafft. Ja? Nein, ich spring einfach weiter. Ich kann nicht den PS da runter schließen, würde, ne? War wer? Mach. Jetzt schafft er das. Nein, das macht er doch nicht. Ich freue ihn. Zählt drei Sprünge noch? Ich seh nichts. Oh. Ach, Mann. Alter. Ohne Witz. Man darf nicht bremsen, das ist das Geheimnis. Guck mal, Ted schafft es gerade. Ja. Ja, guck mal, wie ruhig der ist. Guck mal, wie ruhig der ist. Ted, was war nochmal gestern? Wollten wir uns da nicht treffen? Ich mute euch einfach. So, jetzt habe ich hier schön meine Ruhe. Jetzt schaffe ich das nämlich auch. So. Ich habe euch gemutet, ich höre euch wirklich nicht, also... Nein! Okay, jetzt seid ihr wieder entmutet. Ich habe nämlich so eine coole Taste an der Maus, weißt du, da kann ich alles muten. Ist alles ruhig bei dir? Ja. Und dann habe ich gedacht, ich schaffe es, aber dann habe ich es doch nicht geschafft. Ne, ne, du denkst dann aber die ganze Zeit, dass wir mit dir reden. Nö. Ich habe noch ein Richtiges verpasst. Nein! Ich hätte den Heiko noch schlagen sollen, wo ich gerade da war. Was habe ich bei dir rüber gemacht? War so weit. Leute, ich habe es inzwischen akzeptiert. Ich reibe nur noch meine Nase am Popschutz und... Nein! Und mit der anderen Hand am Penis. Ja. Heiko, wieso hast du eigentlich so wenig Tode? Wie schaffst du das? Wer? Ich glaube, der Heiko meinte... Ey, hau mich doch nicht! Wer war das schon wieder? Ich bin ja genau in der Dringstunde. Das ist voll krass, ey. Der Heiko mobbt mich immer, so. Oh, jetzt schaffe ich gar nichts mehr. Ich war gerade fast durch. Ich bin der Weiteste. Mama! Danke. Boah! Ich jag dich aber jetzt. Oh, oh! Nein! Nein! Ja! Rache! Boah! Er boostet mich erst mal so zwei Sprünge weiter. Nein! Nein! Ey, Leute, ihr müsst doch mal... Nein! Der Mapperbau macht sich hier voll die Mühe mit Hurenjagen und so. Und wir schaffen es nicht mal durch seinen... Mann! Weißt du, so schaffen wir das auch nicht. Das hat euch schon lange nicht mehr gemacht. So schaffen wir das niemals. Oh, wir schaffen das. Hey, wir schaffen das. Ma! Sehr gut. Wer rumpelt denn da so rum? Wer räumt denn da seine... Ich glaube, der Heiko rollt wieder mit seinem Headset am Kopf am Boden rum, ey. Das macht er immer auf seinem Flauscheteppich. Ich bin runtergefallen. Ja, ich war gerade mit dir am runterfallen. Ach so. Ach! Er hat auch schon... Er hat auch schon scheiße aus. Weißt du, das ist, wenn du die ersten paar Sprünge schon so eben machst, weil du schon so weit springst, weil... Ich springe ja extrem weit immer. Ja, ja. Ich springe ja weiter als alle anderen. Oh, warum hab ich denn gedrückt gehalten, Mann? So, herzlich willkommen zur ersten 24-Stunden-Folge einer Jump-Map, weil wir einfach zu unfähig... Mann! ... sind! Genau, das ist die krasseste Jump-Map aller Zeiten, weil da sind auf der Jump-Map noch drei Leute verteilt, die dich zu random Zeiten schlagen können. Die 1,4er drauf haben, die Version nur mit Schneebellen. Hau ab! Geh! Komm her! Geh! Ich will hier nicht warten! Da kommt der Pidda! Oh nein! Lol, ey! Heiko, was machst du denn da wieder? Der hat auf mich geschossen! Ich hab den... Der war ganz knapp am Auge, ja? Das ist immer die Strafe. Jetzt hab ich einen Bogen in der Hand, aber keine Pfeile. Das ist ärgerlich. Nein! Ich renne einfach nicht! Also wir schaffen das vielleicht noch. Ich war schon ganz weit. Ich war so weit. Ich war so unendlich weit. Jetzt ist meine ganze Motivation wieder weg. Jetzt mach ich nur noch... Ich bin jetzt gerade so weit gesprungen, nur weil ich die Motivation hatte, den Deck hier runter zu hauen. Achso. Und dann fliegt der vor mir runter. Ne, weißt du, wo ich hier war? Da, wo der Heiko war. Da war ich. Boah, ich hab so Bock jetzt einfach Kehle wieder einzugeben. Guck mal, wo Heiko ist. Warte, hast du ihn getötet noch? Ja, Heiko war durch, Heiko war durch. Ne, das stimmt nicht. Maa, lass es doch, ey. Das ist doch scheiße. Das ist doch jetzt echt scheiße. Du bist voll weit, dann flieg ich da immer runter. Jetzt hab ich kein Wort mehr, ey. Nochmal jetzt, Alter. Weißt du, ich war so weit. Ja, aber Heiko war ja durch und... Oh, Entschuldigung. Das wollte ich jetzt nicht machen. Ich wollte den Deck gerade dahinter deportieren, wo er war. Achso. Oh, da hätte ich verkackt. Okay. Und der Tim ist hinter mir, ich muss weg. Oh, ja. Geht's da denn noch weiter, Heiko, oder ist das das Ende? Hier ist ein Knopf. Ne, laut des Map-Erstellers ist da Ende. Oh nein! Da kommt der Tim von hinten angeflogen. Gut, ich bin fertig. Wie, ich bisher durchgesprungen bin, nur weil ich nicht noch kriegen wollte. Wie weit denn da noch? Maa! Geh von meinem Block. Oh, das ist doch kacke sowas, ey. So werden wir auch nie fertig hier. Ich glaub, Heiko hat gewonnen. Nice! Jawohl, wenn Tim's runtergefallen hat, gönne ich dir ja richtig so, ey. Oh, nicht schlecht, nicht schlecht. Aber jetzt fällst du runter, jetzt fällst du runter. Nö. Maa, jetzt werd ich hier hingeportet. Ich hätt's doch fast geschafft. Danke, 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 Penis. Wuhu! Gott, was geht denn hier los? Und der ist ja am öftesten gestorben. Ja, ich hab's ja auch am öftesten, ich hab's ja auch am alleröftesten versucht. Ja, also. Am alleröftesten bist du gestorben. Ich wurde ja immer nur runtergeschlagen, also. Runtergeschlagen. Das ist gar nicht wahr, das ist totaler Unsinn hier, also. Oh Gott! Wo kommt die denn? So, ich hab dich auf jeden Fall noch kaputtgeschlagen, so. Dann war auf jeden Fall noch Lava, aber gut. Aber gut. Ich würde sagen, die Map war gar nicht so schlecht, die fand ich ganz gut eigentlich. Ja. War ganz angenehm. Und ich würde sagen, gebt einen Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat, guckt bei den anderen Spacken vorbei. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Hallo! Tschüss.